Hallo und willkommen zurück zu Kingdom New Lands. Ja, ihr habt noch einen weiteren Fehlversuch jetzt nicht gesehen, den ich gemacht habe. Beziehungsweise anderthalb, mehr oder weniger. Ja, ich habe bei einem Versuch dann versehentlich bei den Banditen einen Baum weggehauen und damit das Lager verloren. Damit kann ich dann keine Leute mehr anhauen, was natürlich später dazu führt, dass man die Schützen nicht auf die Türme setzen kann und damit kann man das Spiel nicht mehr gewinnen. Und das ist halt schon sehr... Man macht am Anfang einen Fehler, der nicht ein offensichtlicher Fehler ist und dann beißt einem das Spiel in den Arsch, indem das Spiel dann 30 Minuten lang, also da wo es zu Ende sein sollte, dauert es dann schlussendlich 30 Minuten, bis man stirbt. Also weil man ja auch nicht von einem Moment auf den anderen stirbt, sondern sich das immer extrem lang hinzieht, bis man dann am Ende ist. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir erstmal wieder eine Kiste finden. Wenn wir keine Kiste finden, ist es sowieso vorbei. Was ich gefunden hatte, war dieses... Das gepanzerte Pferd, aber was das genau macht, weiß ich nicht. Ja, wenn wir jetzt hier nichts finden... Ja, wir sind eigentlich schon zu weit weg. Eigentlich hätten wir schon auf eine Kiste stoßen müssen. Und da ist das Portal. Ja, können wir direkt mit dem Wunder anfangen. Das ist natürlich nicht so unbedingt der Fall, wenn man halt mit einem Schiff landet und die Sachen aus dem Vorlevel mitnimmt. Aber wenn man hier neu anfängt, braucht man eine Kiste, sonst kann man das knicken. Komm her. Im Grunde kann man jetzt hier auch direkt sehen, das Schiff kann ich eigentlich nicht verteidigen. Hier sind keine Hügel, die man ausbauen könnte. Kann ich eigentlich auch direkt neu machen. Ist halt komplett zufallsbasiert. Und das ist halt auch ein anderer Zufall als bei Faster Than Light. Bei Faster Than Light kann man sich eigentlich immer selber aussuchen, ob man sich dem Zufall aussetzen will oder nicht. Oder man kann halt selber die Chancen ausloten. Aber das hat man ja hier nicht. Wenn da die Sachen falsch gesetzt sind, dann ist es einfach scheiße. Dann hat man schon schlechte Karten. Hier ist es jetzt beispielsweise eine Barriere und hier haben wir Steine. Die sind aber auch recht nah, äh, weit voneinander entfernt. Lager verhältnismäßig nah hinter dem Schiff. Und hier ist ein Top-Verteidigungs-Spot. Achso, mhm, okay, das ist andersrum. Das ist mein, äh, das ist, naja, müssen wir mal schauen, wie das geht. Jetzt habe ich natürlich nicht, keine Kiste gefunden. Und die brauchen wir. Aha, das ist verhältnismäßig nah. Und hier haben wir, ähm, Barrikaden. Da sind die Fferde. Wir brauchen aber die Kiste. Na ja, ich glaube, das kann ich auch schon wieder neu anfangen. Das Banditenlager war halt nah dran. Aber, ne, vielleicht kann ich hier noch was machen. Dass ich eine Kiste finde und das Ding da anlocke. Aber ich glaube, das ist eigentlich so. Ja, genau, da ist die Kiste. Ich weiß halt nicht genau, was das mit der Karte ist. Ob ich dadurch Sachen freischalte oder nicht. Hm. Hm. Ja, ich werde mich jetzt hier umbringen. Hm. Lusant. Lauf noch. War mir einfach vorbei. Bleib mich an. Mhm. Er braucht schon eine Krone. Ja, 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 ja. Dark 1. So. Ja, genau. Jetzt haben wir was Neues auf der Karte entsperrt. Irgendwann ist es nur ein Bison oder so. Vielleicht ist das Nahrung. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, sich da die Sachen zu entsperren. Denn die Gebiete kann man halt dann nicht verwenden. Und es sind längere Laufwege. Was auch nicht so optimal ist. Hm. Ja, das hier meine ich jetzt. Damit ist jetzt das Schiff schon wahnsinnig weit von meinem Lager getrennt. Bim, bim. Naja, eigentlich können wir eher nach rechts laufen. Aber wenn ich jetzt hier nicht direkt eine Kiste finde, ist es eigentlich auch schon gegessen, weil das Schiff scheiße steht. Naja, man. Haben wir hier ein schönes Lager. Verhältnismäßig nah. Na, hier ist ein Tempel. Na, wird hier wahrscheinlich auch das Portal sein. Naja, ich bin eigentlich schon viel zu weit gelaufen. Ist der Hund. Da ist das Portal. Ja, können wir direkt neu anfangen. Neues Spiel. Also, man könnte jetzt das Spiel weitermachen. Aber die Chance ist, das zu gewinnen, ist halt dann in der Startscheiße, ist schon verdammt deutlich niedriger. Und es macht eigentlich keinen Sinn, dieses lange Spiel dann noch auszuspielen, wenn die Chancen so schlecht sind. Wenn man am Anfang dann halt nicht so super Karten hat. Immerhin sind wir schnell am Start gewesen. Und da ist das Schiff entsprechend auch schnell mit verbunden. Wir brauchen trotzdem die Kiste. Da haben wir ein Lager sehr nah. Ist auch nicht schlecht. Da ist ja dieses Kriegspferd. Was uns aber nichts nutzt, wenn wir keine Kiste finden. Da ist eine Kiste. Ja, wunderbar. Dann können wir auf dem Rückweg sofort die aus dem Lager holen. Jetzt zurück. Alles für dich. Alles für dich. Hier können wir vielleicht sogar unseren Jägern... Ne, das nicht. Ne. Okay, dann machen wir eins. Und... Dann das. Mhm. Das können wir nicht ausbauen. Das hier ist aber erstmal... Na, verhältnismäßig gut. Ne, da mit. Ähm... Können wir das hier ausbauen? Ne, ist auch zu nah am Baum. Da mit. Wunderbar. Wunderbar. Du bleibst dann... Hier. Schatz. Das geht nicht. Dann bauen wir... Müssen wir erstmal auf den anderen Baum fällen. Machen wir den auch noch. So. Na, was solltet ihr eigentlich schaffen? Ich sollte mir mal aufschreiben, wo was ist. Das geht nicht. Sehr gut. Das geht nicht. Okay. Den können wir uns holen. Das ist nochmal alles platt. Das ist nochmal alles platt. So, der muss weg. Naja, dann müssten wir hier anfangen. Aber da kommen wir erstmal so nicht hin. Können auch von der Seite anfangen. Weg muss das eh alles. Läuft natürlich jetzt etwas weiter. Holen wir das Hundchen mal. Wofür auch immer der gut ist, aber kostet ja nichts. Tum-tum. Na, jetzt ruhig das Gold mitnehmen können. So, da verschwindet es. Dann können die hier auch weiterhacken. Wunderbar. Alles platt machen. Der Tag geht so langsam zu Ende. Lassen wir sie lieber mal nach Hause laufen. Beziehungsweise, das hier können sie aufbauen. Das sollte auch passen. Das hier kann auch super verteidigt werden. Na, was mir aber nichts nutzt, weil wir ja das Schiff haben wollen. Naja, es kommt drauf an, wohin das Schiff fährt. Okay. Bauen wir mal das Hauptlager aus. Da kommen die Gegner. Sauber. Sauber. Das eine müssen wir sogar stehen lassen. Genau, da haben wir das Kriegspferd. Das habe ich mir auch gerade mal aufgeschrieben. Und das will ich mir auch nehmen. Tag 3. Na, dir kann man theoretisch fällen. Aber hier haben wir... Da haben wir halt irgendeinen Schrein. Oh. Aha. Ah, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, wofür der Bär gut ist. Dann geht's. Okay. Okay. habt ihr die angegriffen oder einfach noch aus der puste da ist jedenfalls gerade niemand zum rekrutieren ich glaube dass ich da können wir nichts drauf bauen weil der baum weg müsste und der darf nicht weg weil wir sonst das camp nicht mehr hätten ja das hätte ich nicht machen dürfen das hier bauen ok da hat es keinen bogen dann wollen wir noch einen mit dem hammer naja ich glaube der zermatscht die fische naja das ist schon ganz praktisch guck mal mit dem bärjagen gehen ist schon ordentlich wir sollten aber nach hause da müsste ich als nächstes gucken wie ich das schiff irgendwie sichern können wobei ich auch mehr leute brauche und theoretisch müsste ich halt einmal zu einer seite durchlaufen damit ich weiß wo man wo das schiff hinfahren wird gut na das ist schon praktisch da ist halt das reine rumlaufen ach der muss aber darauf sprinten na hier kommt man sowieso nicht weiter aber hier glaube ich mal weiter durch total dann haben wir da noch einen schrein hinter ein camp aber die bären wahrscheinlich naja es ist noch früh am tag wir können es mal ausprobieren aber das ist natürlich auch irgendwo sinnlos wenn man diese schreine hinter den portalen platziert camp portal und da ist ende ok ja das heißt das schiff wird nach rechts fahren vielleicht fährt es auch immer auf die andere seite das weiß ich nicht sauber der bär ist jedenfalls hier schon sehr lukrativ na muss halt doppelklicken zum laufen und das ist irgendwie das ist das fährt der bär am verschnaufen so jetzt das geld voll mhm bauen wir das mal aus naja das lehme ich mal nicht auf da haben wir eine solide barriere solide barriere naja wenn wir da rechts den turm hin bauen dann sollte das auch noch funktionieren gucken wir mal dass wir das haupthaus ausbauen mhm da können wir eine sense bauen machen wir das mal kommen sie sehr gut achso ne das ging ja nicht mhm naja hier haben wir aber auch nichts sind halt keine schlammhaufen irgendwo mhm nirgends da ist alter das könnte man hier theoretisch machen mhm naja gut wir müssen hier sowieso alles ab abholzen mhm naja ok dann fangen wir mal rechts von dem ähm von dem lager an oh gut gesprungen also hier das muss alles weg das muss alles weg das hier kann auch noch weg naja hätte ich vermutlich nicht machen sollen weil der ja ist jetzt länger auf dem weg naja ok ist hier jemand? ne ne mhm bauen wir das haus wieder aus da ist der einer ohne Waffen so oder? theoretisch könnten wir jetzt Katapulte bauen aber wieso lassen die das ganze Geld liegen? hier könnte man theoretisch ja das ist wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig sinnvoll ach wahrscheinlich lässt er das deshalb legen weil er schon zu viel hat mhm ja gehen wir mal lieber in Deckung hier ja Katapulte sind gerade ein bisschen ungünstig dafür habe ich einfach ähm zu weite Strecken müsste ne ne Mühle bauen aber da habe ich gerade auch keine Möglichkeit bauen wir das mal weiter aus weil wir da eh nichts zu tun haben der Bär der hilft auf jeden Fall schon massiv ach ach die sind kaputt dann können wir direkt weiter nach rechts bis bis mir will nicht müssen wir hier weiter fällen wer wollte nicht hm da werde ich jetzt nicht hinterherlaufen mhm die müssen weg dann müsste das ja eigentlich alles drauf gehen und dann können wir hier weitermachen hh mhm Die könnten wir jetzt ausbauen. Die bauen wir noch ein bisschen ab, bauen wir noch ein paar Bögen. So, hier könnten wir zumindest das hier mal hinbauen. Und hier eine Farm aufzubauen, lohnt sich eigentlich auch kaum. Ja, ich hätte da hinten das Nichts bauen sollen. Ich muss das Schiff fertig bauen und dann einfach... Ja, einfach das Schiff fertig bauen und bis dahin halt gucken, dass die... Ich meine, das Schiff greifen die, glaube ich, nicht an. Vielleicht zerstören sie nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber bisher haben sie bei Gebäuden nie was gemacht. Von daher... Ja, die werden jetzt wahrscheinlich da hinten sogar sterben. Vielleicht kann ich mit dem Bär die ja auch verletzen. Naja... Äh, das war okay. Ähm... Ja, das Camp ist da noch viel weiter hinten. Bauen wir den hier mal aus. Wo wir gerade sowieso nichts zu tun haben. Die Camps sind halt in verhältnismäßig schlechten Lagen. Da kommt diesmal niemand. Geht nicht. Hm... Da kommt ein Schrein und dahinter ist noch ein Camp. Da können wir eventuell nochmal die Leute aus dem Camp holen. Auch wenn das halt super weit ist zum Laufen. Sind drei Leute sogar. Na, dann lauft mal. Haben jedenfalls gerade ein bisschen Zeit. Hm... Da hab ich falsche Taste gedrückt. Ähm... Kaputt. So... Ähm... Hm... Naja... Tom ist schon nicht verkehrt da. Na ja... Damit gehen da auch direkt zwei Schützen weg. Indem man das Haupthaus ausbaut und dann die Türme da erscheinen. Oh! Da sind sie anscheinend durchgebrochen. Na ja... Das ist alles. Geist ja. Heißt ja. Ok. Und du hast die Türme und das schützt. No, ich kann mir nicht verschläge. Ich werde dafür. Aufheizung. Oder. Deswegen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber halten wir das Rastliche Geld mal. Na, das sind schon etwas viele. Die müssen wir schon versorgen. Tum, tum. Tum, tum. So. Ja, damit. Wunderbar. Wunderbar. Scheint nichts zu kommen. Vielen Dank. So, müssen wir weiter nach rechts. Hier könnten wir eigentlich mal eine Mühle bauen, dann. So, jetzt können wir die hier abarbeiten. Ach, das geht nicht. Ah, das ist halt... Ah. Ups. Naja, das ist halt noch ein ganz schönes Stück. Müssen wir aber schlussendlich machen, weil da das Pferd hinschwimmen wird. Genau. Das Schiff wird da hin. Hm. 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 Mh, bevor die da abhauen, hoffe ich mal. Ja, und das hier wird wahrscheinlich wieder dauern, bis das geht. Dann verschwinden die Bäume so langsam, ja. Ja, das war eigentlich schon zu spät. Naja, vielleicht hat er Glück und er überlebt noch. Ähm. Na, der kommt da. Können wir mal ausprobieren. Aha. Naja. Naja, gut. Ich glaube, ich habe meinen Typen gerettet. Ist natürlich eigentlich auch eine ganz gute Option, denen einfach Geld hinzuwerfen, wenn man da eh genug hat. Okay. Wäre besser gewesen, wenn ich den Blick angefangen hätte. Na gut, bis das jetzt geht, dauert es. Mmh. Schwindet ihr Bäume! Naja, aber das dauert zu lang, bis die dann wieder dahin gelaufen sind. Ist der Tag vorbei, oder? Komm, machen wir das. Ja, die drei, mir geht nicht. Laufen wir mal wieder zurück. Hier kann man theoretisch eine Mühle dann bauen. Hm. Eigentlich müsste man einmal täglich an dem Camp vorbeikommen Gucken wir mal, wie wir die linke Seite verteidigen Da sind sie anscheinend schon mal durchgebrochen Naja, und das hinten Da trauen sie sich nicht ran Okay Ich bin mir nicht sicher, ob die das da überhaupt treffen können Von daher Aber das ist eigentlich auch ganz gut so Dann werden wir das auch nicht weiter blockieren Und uns direkt hier drum kümmern Beziehungsweise das hier Als Hauptbefestigung aufbauen Dann könnten wir auch hier Ein Katapult hinstellen, wenn das hier so sicher ist Okay Okay. Jo Kein Geld für mich Da hinten haben wir auch keinen Hammer mehr liegen Okay Noch einen Bogenschützen draus Und noch einen Kein Geld Braucht Geld Zing Das sieht dann auch aus Als Wenn meine Arbeiter kaputt gegangen wären Ich hoffe mal, dass sie zumindest die Bäume Weggehackt haben Ist doch gut aus Alles clear Und hier können wir Eine Verteidigung aufbauen Hier ginge es Vielleicht sogar auch Wahrscheinlich gut ist Einfach an beiden Stellen zu machen Häschen Dann muss ich gleich in der Nacht Sofort loslaufen Aber hier kann man zumindest die Zeit Ganz sinnvoll nutzen Indem man die Häschen zerstampft Na ja Es ist halt schon Ein ziemliches Stück Komm ruhig mal mit nach Hause ins Lager So Dann wollen wir mal Das lässt sich auch noch ausbauen So Und das müssen wir auch dann Ausbauen Ding 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 So das ist jetzt zumindest sicher Geld für Die Geld Leider nein Dann müssen wir noch ein paar Häschen Zerstampfen Ich könnte auch hier Irgendwo zwischendurch Wenn hier mal Wenn hier einfach mal ein Hügel wäre Ist aber ja gar nichts Was möglicherweise auch dem geschuldet ist Dass hier so viele Besondere Dinger sind So machen wir mal den hier Damit kriegen wir zumindest Schon mal einen Typen Hier rüber gezogen Und ich hoffe Dass sie das hier auch machen Dann können wir uns Und ich hoffe Hm, da kommen sie. Na, genau. Falsch gesprungen jeweils. Na, es ist schon ziemlich spät. Vielleicht können wir die erstmal hier halten, indem wir das nochmal ausbauen. Schatz. Naja, das eine Ding hätte ich nicht bauen sollen. Da hätte ich... Konnte ich aber jetzt auch nicht wissen, dass die so blöd sind. Und dann da dran vorbeilaufen. Habe ich zumindest noch einige retten können. Aber ist natürlich nicht optimal. Hm. Das heißt aber, dass die Leute da gleich auch nochmal komplett neu rüberlaufen müssen nach rechts. Ah, da kommen welche. Wunderbar. Er ist halt auch schon extrem viel Fläche. Da ist keiner hinter. Tu tchu tchu. Hmmmm... Ja, ist hier ein Stampfen. Ja, ich bräuchte vor allem eigentlich mehr Personal. Okay. Mhm. So, ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch den Sensetypen irgendwo haben. Nee. Oh, wunderbar. Naja, Hasen habe ich schon weitestgehend abgeschlachtet. Zerstampft. Naja, da trotze ich niemand hin. Das ist doof. Das heißt, das hier ist schon meine... mittelfristige Verteidigung. Dann müssen wir hier Anfang des nächsten Tages mal die Wand ausbauen und den Turm. kommen sie. Hm, das sind zu viele. Der läuft in den Tod. Naja, ich habe wahrscheinlich damit zu lang gebraucht. Die laufen jetzt auch noch alle in den Tod. Ja, das kann ich neu anfangen. Ähm... Ich glaube, ich lasse mich jetzt hier noch umbringen. Das hätte ich nicht mehr rausgerissen bekommen. Da ich dieses Kartending nicht hatte, habe ich auch nichts Neues bekommen. Jo, schade. Naja, gut, dann halt beim nächsten Mal neuer Versuch. Ja, also bis denn. Dann... Vielen Dank.